Robby, sprichst du auch so gut Deutsch wie Shadé? Ja, ganz hervorragend. Ich spreche aber Deutsch viel besser als die Shadé. Du bist zum zweiten Mal hier beim Echo, aber wahrscheinlich das letzte Mal als Single, oder? Das letzte Mal als ich hier war, da war ich Single. Aber ich glaube, beim nächsten Mal bist du es nicht mehr, kann das sein? Ja, ja, richtig, die Hochzeit habe ich ja ganz vergessen, stimmt. Also, hör mal zu, ich höre jetzt hier nicht so gut. Aida ist auch nicht da. Die ist jetzt in Amerika und die wird das hier auch niemals mitbekommen. Ihr könnt heute Abend gerne beim Hotel vorbeikommen, also du natürlich auch. Nein, es wird natürlich eine Hochzeit gehen, aber ich weiß nicht wann. Nein, leider nicht, wir haben noch gar keine Pläne. Aber auf jeden Fall ist er vom Markt und das freut natürlich alle deutschen Männer. You're from the market now, that's good. Nein, ich bin nicht mehr auf dem Markt. Ja, das finde ich sehr gut. Du bist ein großer Fußballfan. Was sagst du zur Hertha? Kennst du die Hertha? Ich glaube, Arne Friedrich ist heute Abend hier, der Kapitän der Hertha. Schaffen die das noch mit dem Klassenerhalt oder spielen die in zwei Jahren auf Asche? Ja, die schaffen das wahrscheinlich nicht. Asche oder sie schaffen es. Ja, die haben ja sehr viel Leidenschaft und legen sehr viel Herz da rein. Und wenn die 110 Prozent geben, dann werden die auf jeden Fall überleben. You never see them. Nein, die kennen ich überhaupt nicht, die Hertha. So, wer wird den Fußballweltmeister eigentlich? Germany. Deutschland. What will happen? Germany will play England in the semifinals. Then it will be 1-1. Then it will be 1-1. And then penalties. And Germany wins. Sure, Robbie. So sieht's mal aus. Ja. Ja, ihr dürft aber auch die ganzen Nationalspieler nicht immer untereinander euch die Frauen zuschieben. Dann klappt das auch nicht. Robbie Williams heute Abend live auf der Bühne mit Morning Sun. We're looking forward. Thanks, Robbie. Und auch noch...